und das hat schon gereicht einer ist ganz hinten da gab es damals irgendeine waffe ich weiß nicht ob das donald war die war wirklich broken da drin also du konntest auf maximale range die leute einfach so schnell weglaschen ich konnte halt nix machen ich weiß nicht das war donald die war broken da haben sie dann donald oder nee ah warte wie hieß die Schläfersimulant war das glaube ich das kann sein das kann tatsächlich sein das war sleeper genau da also das ist jetzt schon ewig her ich glaube ein jahr oder so oder anderthalb das war vor shadowkeeping oder so in forsaken zeit so als gäbe obwohl ich queen's breaker fand ich auch total broken also das war ja absurder bs das krasse war jetzt glaube ich bei ding dass du halt so viel munitionen hattest und kein damage drop weißt du ich meinen auf range mit dem teil ja das ist schon heftig tschuldigung das ist so dumm einem schon vor allem habe ich one eyed mask und urteil des reisenden mit fressraut und libelle vor allen dingen ganz wichtig morgen ist die quest gefixt aktuell laufen ja gerade background maintenance und morgen kommt ans update ja das war schon bitter also ich meine passiert aber es passiert einfach zu oft ja das ding ist einfach ich meine ich kann verstehen also ich kenne das ja selber diese strukturen und so und das ist schon eine komplizierte umgebung passiert alles gut natürlich aber es ist halt einfach so dauerprogramm irgendwie jaja das kann halt sein dass die sich auf den servern testen alles funktioniert und dann rollen sie es aus und auf einmal irgendwas funktioniert dann wieder nicht ja klar aber ich bin mal manchmal echt nicht sicher ob die playtesten weil das einfach weil sich nicht zufriere ich bin ich ehrlich gesagt auch nicht also ich glaube oftmals hoffen sie einfach drauf ja ach quatsch weil manchmal ist es einfach schon so da denkst du dir halt oder auch so sachen wie mit hardlight so weißt du ich meine na wie konnte der mich gerade mit overshield body snipen ich meine das ist ja nicht so als würden die die community seit einem jahr kennen oder so die kennen die jetzt schon seit so vielen jahren und wissen was wir nicht wollen aber genau das gegenseit ja logisch ist ja noch ausgeprägt ist das dumm vor allem dank sonderlaut hat er uns ja weitergekriegt ja gott die behinderten und stebt dann selber ich weiß nicht mal an was ehrlich gesagt die sind die raus rotiert ich glaube ja ja ich geh von hinten ran noch drei leben ich habe ein paar shots rein gehauen was und ob sie mich jagen kommen ja irgendwie nicht nein oh sniper immer noch da draußen ein durchschlag schlecht hat er mich gebaitet gebaitet dann ist ja on me mal noch chat ich komm von der seite nein Ich spiele einfach nur W, ne? Sorry, ich kann mich noch mal ein bisschen konzentrieren. Noch einen. Ah, fuck, da hinten der Sniper. Da spawnt der da hinten, sorry. Not green, ähm, sitzt in der Nähe von der Heavy, Sniper. Oh, fuck. Gute Fist, gute Fist. Kriegst du dich von der Heavy weg? Hey, boys. Oh, nice. Wow. Ich wollte gerade Icaro Station, aber ich hatte ja gar keinen Icaro Station. Nicht wirklich. Oh, Max. Oh, man. Wo steht der? Warte, ich guck mal, ob ich ihn sehe. Snipe der? Ich glaub, der hat keine Moon mehr, ha? Der pusht. Nop. Nope. Nope, 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 nope. Ich war gerade am Nachladen, deswegen habe ich gute Sch, also die Shotgun hat zu spät geschossen. Oh, God. Ich bin so schlecht. Ich bin soé scheiße. Ich bin soé scheiße. so wie ich bin so wie das war nicht der karl hinter mir immer noch hinter mir nach er hat mich tatsächlich mit seinem scheiß schild jetzt ist er aus holen wir den seitarm das ist so schlecht wie lange dauert das ich hab das noch nicht so ganz raus wann das zieht doppel nade launcher ich hab auch noch ja musste erst ein bisschen rennen sniper on me ah fuck kriegt er kommt nice es war mir so klar dass der mich da oben snipet aber ich muss es einfach probieren achso wie ist das mit dem titan skating ohne mausrad einfach ganz schnell hintereinander oder was ähm ja dreimal schnell aber leerzeichen es geht also ich hab's ohne nie richtig hingekriegt dass wir ein bisschen mehr aufs mausrad gesetzt damit geht's ich hab auch auf mausrad für warlock und leertaste ich hab beide stoppt springen weil du musst um zu skaten musst du ja die pillen ganz back of the map titan immer springen dann mausrad und dann wieder springen und dann wieder mausrad und das halt ganz schnell dreimal hintereinander und dann kannst du richtig über die map schießen ja genau das geht's sau schnell mit dem warlock bist du halt aktuell noch schneller sogar zu titan das stimmt weil du kannst halt mit dem warlock ist halt geil weil du halt auch rückwärts sein weil du rückwärts noch richtig schnell sein kannst ja du bist sau schnell warlock stimmt heute zum beispiel auch rückwärts komplett über die halbe map zurückgedodged dann bin geflogen und dann einfach eingesniped einer hinter dir ah fuck schon nice ich hab nicht die range um die da zu engaggen ja auf jeden fall warlock ist schon fast as fuck nur noch eine minute oh fuck ich renne mal von dem tesser weg die sind beide super low aber vor sich da steht ein tesser also nicht da rein spielen der gegner hat keine reserven mehr mach ihn fertig ich schneide den weg ab der hinter dir so scheiße boah du bist so scheiße oh mein gott ja 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 verbeug dich von mir ich bin top aber nur W gemacht die ganze Zeit oh man ey das ist so dumm einfach nur schlimm anzuwählen warum geht so man naja weil das du bist ich weiß nicht wenn ich Bungie wäre ich will doch ein ausgeglichenes also ist doch ausgeglichen guck mal mach dich direkt besser mountainpupp oh god oh god oh god Ja, ja.